Ein bestimmter Fokus ist bei den urheberrechtlichen Verwertungsrechten. Hier erleben wir gerade einen wirklichen Paradigmenwechsel. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs erschüttert das deutsche Urheberrecht gewissermaßen. Alte Auslegungsregeln sind nicht immer mehr anwendbar, sondern die neue Rechtsprechung stellt sehr viel stärker auf den wirtschaftlichen Aspekt der Nutzung ab. Die Dogmatik tritt aus deutscher Sicht so ein bisschen in den Hintergrund. Hier muss man umlernen. Die technologische Entwicklung im Bereich der Digitalisierung bringt neue Geschäftsmodelle hervor und führt dazu, dass das Urheberrecht heute viel mehr Menschen betrifft als in der vordigitalen Zeit. Auch Verbraucher sind heute vom Urheberrecht betroffen und nehmen urheberrechtlich relevante Handlungen vor in Bereichen, die in der sogenannten analogen Welt außerhalb des Urheberrechts stattgefunden haben. Und neue Marktteilnehmer, wie zum Beispiel im Bereich der sogenannten Plattformökonomie, haben ihrerseits ganz eigene Interessen, wenn es um die Frage geht, wie der urheberrechtliche Interessenausgleich organisiert werden soll. Dadurch haben wir heute ganz andere und zum Teil sehr viel stärkere Konfliktlinien im Urheberrecht als vor einigen Jahren und Jahrzehnten. Unser Kommentar bleibt der Praxiskommentar. Wir haben uns darum bemüht, die Rechtsprechung eben zu bewerten, aufzuarbeiten und in einer Weise darzustellen, dass sie für den Anwender eben auch nutzbar ist, dass er schnell seine Antworten findet, um seine Fragen praxisnah zu beantworten. Und gleichzeitig bieten wir aber auch genügend Einführung und einen Rahmen an, um die Materie auch tiefer zu verstehen. Also beides schnelles Aufwänden von Lösungen, aber eben auch die notwendige wissenschaftliche Tiefe, für die wir ebenfalls stehen. Und beides in Kombination ist, glaube ich, weiter der richtige Weg, auch in der fünften Auflage. Mich hat die Nähe zur Kunst zum Urheberrecht gebracht ursprünglich. Längst ist das aber sehr viel weiter geworden, denn die Begeisterung für die digitale Transformation, ihre Folgen für die Gesellschaft und die Werknutzung interessieren mich heute sehr stark. Und damit ist das Urheberrecht verbunden. Es ist zum Wirtschaftsrecht geworden. Sein Anwendungsbereich ist weit, weit größer, als er etwa vor knapp 30 Jahren war, als ich begonnen habe, mich damit zu befassen. Und für mich und für uns ist es als juristische Praktiker eine unglaublich spannende Materie, weil sie wie kaum ein anderes Rechtsgebiet unter permanenter Veränderung steht. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!